Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Yonda, der Cloudcatcher Chronicles. Ich möchte gleich mal für die Quest hier, oh darum sehe ich was, da ist ein Geist, ich muss schnell hinlaufen. Ich wollte gerade sagen, ich möchte die Zitter-Ebenenbrücke bauen und dafür werden wir einiges an Material brauchen. Ich sehe da drüben gerade was blaues leuchten. Habe ich mir das jetzt eingebildet oder ist da jetzt echt was? Hier war es doch gerade blau. Ich schaue mal hier rauf. Hallo? Hier war es gerade bläulich. Schaut, Ruhe ist auch da. Das habe ich hervorragend gemacht. Die Steuerung ist nicht ganz, meh. Vielleicht muss ich hier was zusammenschlagen. Na, ist auch nicht der Fall. Hopp, hopp, hopp. Schau. Wieso hüpft sie zurück? Was soll denn das? Hü, hüpf. Schau. Als wenn sie nicht auf das Dach gehen dürft. Schau mal. Aber so zurück hüpfen. Das ist nicht normal. Das ist echt komisch. Muss ich etwa ganz genau da rauf kommen? Damit ich zur Ruhe hin kann. Ja, muss man. Tatsächlich. In der Tat. Und das war jetzt was? Nix. Komme ich gerade nicht mit. Egal. So. Ähm. Brücke bauen. Richtig. So. Dazu. Wäre ich jetzt einfach mal hier so im Licht, glaube ich, stehen. Ähm. Quest. Wir brauchen noch drei Steinbögen und fünf Steinsäulen. Drei Bögen, fünf Säulen. Okay. So. Dann bauen wir mal hier. Von dem brauchen wir eh so viel. Ich würde sagen, gleich muss um die zehn herum oder so. Keine Ahnung. Bauen wir einfach mal. So. Dann brauchen wir Kopfstein. Kopfstein. Das ist da. Der da. Wie viele? Zu viele Scheitelsteine brauchen wir. Drei. Das heißt, so wahrscheinlich. Und noch ein Kopfstein. Und dann haben wir das. Dann haben wir fünf Kopfsteine. Und ein Konstruktion. Dann haben wir schon noch ein. Kann man wieder mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein. Zehn, würde ich mal sagen. Oder 15, machen wir mal 15. Dann Mörtel. Ja, Ton und Futter brauchen wir. Ach lo, ich habe fast kein Futter mehr. Wer hätte denn das gedacht? Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, und dann brauche ich noch einen Mörtel. Und der Bogen ist fertig. Da müssen wir jetzt alle haben. Ja, jetzt sind noch die Steinsäulen. Und ich fürchte, ich muss Futter fahren. Ich hätte das gedacht, dass ich das mal brauchen werde. Ich brauche Futter, 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 brauche Futter, 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 Futter und zwar viel. Ja, ich brauche Futter, 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 Futter und Stein. So. Ton wäre auch nicht schlecht. Aber da haben wir eh noch ein bisschen was. Aber Futter, das brauche ich jetzt ganz sehr. La, la, la. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Da drüben ist noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen was. Aber hier wäre echt schön, irgendwo einen Bauernhof zu haben. Weg, weg. So. Gut, gut. Dann bauen wir weiter, würde ich sagen. Wir brauchen jetzt das Säulen. Noch fünf Stück Säulen. Das heißt Mörtel und Scheitelstein brauchen wir. Das heißt eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Scheitelstein und Säule. So, dann Mörtel. Also da brauchen wir eins, zwei, drei. Geht nichts mehr. Achso, da brauchen wir hier noch. Drei, vier, fünf, sechs, siebene, acht, neun, zehn, würde ich mal sagen. Ähm, ähm, so, so, achso, da brauche ich noch hier drei, Entschuldigung. Und hier einen und hier noch eine Säule. Jetzt haben wir drei normal, ne? Ja, die Hälfte. Dann, eins, zwei, drei, vier, fünf, würde ich sagen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal und nochmal. Dann, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins und eins. Und das müsste noch einer fehlen. Genau. So, und nochmal. Wie viel habe ich jetzt hiervon? Zwei Konstruktionsdings. Vier, fünf, sechs, sieben brauche ich. Sicher mal. Eigentlich acht nochmal. Eins, zwei, drei. Eins und eins. So, die Quest müsste jetzt fertig sein. Jawohl. Boah. Das heißt, ich könnte mich porten, ne? Das heißt, ich könnte mich weg porten. Nur zuvor. Nehme ich noch die Liane mit. Da wäre noch schön ein Stein. Hier würde sich auch einen guten Bauernhof machen, ne? Hier, gleich da so. Aber ich glaube nicht, dass das gehen tut. So. Zack, zack und baum. Drüben, den nehmen wir noch mit. Zack, zack und baum. Reiseknoten. Äh. Jo. Reiseknoten. Zitterhof. Zitterhof. Den, den, das große Tiergehege schon mal aufstellen, oder? Ich würde sagen, so. Geht noch so ein zweites großes aus. Jo. Ich glaube, so ist gut. Könnte ich hier nochmal ein zweites herbauen. Und hier zwei kleine dann noch. Hier ein Beet vielleicht, wenn ich brauche. Jo. Ich glaube, das ist okay. Welches Tier tun wir da rein? So ein Hundebär wäre niedlich. Aber hier gibt es keine Hundebären. Wahrscheinlich nur im Winter. Oh, Bärli. Oh, Bärli. Oh, Bärli. Wo bist denn du daheim? Mä. Aha, da drum steht eine Frau. Vielleicht machen die auch gerade Winterschlaf. Äh, Sommerschlaf in dem Fall. Hallo, gnädige Frau. Kennst du euch mit diesen Bären aus? Fluffjungen haben einzigartige Nasenabdrücke. Aha. Riechen mit der Zunge. Frostfüchse besitzen eine Nase, die die Luft vor dem Einatmen anwärmt. Das ist auch cool. Eine Gruppe Frostfüchse nennt man Splitter. Eine Gruppe Fluffjungen nennt man Kuschel. Aha. Eine Gruppe Frostfüchse Splitter. Okay, was sie essen, steht da nicht, ne? Frostfüchse haben schwarze Haut unter dem Fell, damit sie besser Sonnenstrahlen absorbieren. Okay. Riechen mit der Zunge. Was die essen, steht da nicht, ne? Ja, dann halt nicht, was soll man machen? Gut, machen wir mal die Brücke ganz. Da hätten wir tun, ich sehe schon von der Weite. Nehme den gleich mit. Da ist ja auch noch was. So. Na, 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 na. Na, 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 na. Yo, yo, yo. Zwitscha, zwitscha. Ja. Zwitscha, zwitscha. Zwitscher, zwitscher Sammeln wir noch ein bisschen von diesem Goldblatt ein Oder wie das heißt Ich glaube, Goldblatt Ja Da bin ich falsch Ich muss darüber Scheinbar Nein, nein, nein Zitterebene, Steinbrücke Okay Schau mal hier rauf, vielleicht Oh Nach wem hältst du denn Ausschau? Frostfüchse mit dem Futter wirklich sehr Aha Eine Gruppe Fluffrüllung, Kuschel Okay Frostfüchse, bla bla Mögen gekochter Fisch Fluffjungen Gekochter Fisch Kann ich den schon herstellen? Gekochter Fisch, selbstverständlich kann ich das Geisterfisch Prinzessinnenfisch Ich würde sagen, nehmen wir einen Geisterfisch So Ich brauche hier nur einen Was wir so am Bärli finden Würde ich sagen, nehmen wir ihn dann gleich mit Und da drüben scheint es mit der Brücke zu sein Die Brücken Die Brücken Die Brücke Oh, die Brücke Die Brücke Die Brücke Die verrückte Brücke La 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 So Ja, würde ich gerne bauen Ja, die ist schön Bam, bam, bam Dam, da, dam Tada Aha, als nächstes Sollen wir den Wolkenfänger Katze? Ah, Katze Ja, mei, du bester Also ist Jo, ist schon gut Komm mit Komm mit, du bist zu niedlich Viel zu niedlich So, noch eine Brücke Okay Da will er noch eine Brücke haben Ein guter Platz für eine Hängebrücke Zitterbrücke Ich brauche noch Holz an Haufen Okay Ich brauche noch ein bisschen Holz Sollte kein Problem sein Da drüben gibt es eh ein paar Barmer Ein paar Barmer gibst du Die hauen wir zusammen Und dann haben wir Holz So ist der Plan Dam, da, da, dam Der Baum ist sowieso schief Bam, bam Bam, bam, bam Und bam Sehr gut Und haben wir schon beieinander Haben wir schon beisammen Und neu gepflanzt ist auch Ein Baum ist hier übrig In der Zitterebene Ja, das ist ja zitterhaft Das ist ja zitterhaft So, jawohl Und die Brücken ist auch fertig Sehr gut Noch eine Quers geschafft Vielleicht nehmen wir noch eine Katze an Katze, 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 Katze Katze, 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 Katze Wo ist denn die Katze hin? Wo ist denn die Katze hin? Vielleicht gibt es hier gar keine Katze Mir wäre hier zu kalt Dafür Pinguine Aber vielleicht gibt es hier eine Truhe Oh doch, eine Katze Da ist sie ja Hallo, Mauzi Ja, du bist nödlich Zwei Katzen sind hier noch übrig Okay Sehr gut Haben wir eine Katze gefunden Zwei sogar Sehr, sehr gut Dann sind wir hier einmal der Wahl fertig Da können wir Ja, das mit Wolkenfänger können wir eigentlich wirklich machen Ein Pinguin Weil die Hier beim Zitterhof Diese Beeren Da geht dabei eh nichts weiter Also zum Fangen Ist ja keines da Ist ja Sommer Die kommen wahrscheinlich erst im Winter Die verstecken sich jetzt wahrscheinlich alle Dann würde ich sagen Wir benutzen Wieder unseren Reiseknoten Glanzhof war das glaube ich In der Wüste Muss ich kurz schauen Ja, das war richtig Das war goldrichtig Dann gucken wir mal Wie es unserem Viechlein hier geht Hallo Hallo Geht es dir gut? Ja Ja, dir geht es gut Das freut mich Das freut mich Essen und Trinken hat es auch noch Das passt Dann schauen wir mal Was wir hier drinnen haben Nix Okay Nix Achso Äh, ja Wohl passt schon Den Wolkenfänger reparieren Nein, ich will nicht weg Da musste ich jetzt wieder durch die Höhle da durch, ne? Hier so geht das ja nicht Na gut Dann halt nicht Na du? Ja, hallo? Ja, du bist niedlich Du bist so niedlich So, dann hält wir da durch Dä 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 dann ist er dann wird er die Karte dann wird er dann wird er dann 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 startet er dann er gibt es dann da 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 schön wäre es halt auch gewesen schnell reisemäßig dass man gleich auch in die Dörfer kann nicht nur zum Bauernhof sondern auch dass man Dörfer besuchen kann das wäre toll gewesen so jetzt sind wir da hurra das war gleich ein Vogel keine Katze folgt mich auch Unsinn fällt mir gerade ein ja das habe ich super hinbekommen dam 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 so hier rauf müssten wir zum Wolkenfänger kummern da ist er schon der Questgeber Servus du hast Ersatzteile du kannst die Maschine in den oberen Etagen reparieren ja ich habe sogar einiges du hast Wolkenfängersägel fantastisch geh die Treppe hinauf und bring die Segel an du hast das Arcadia Eis du kannst durch den Eingang hinter mir gehen und den Filter reparieren dann machen wir das mal ne also hier oh ja geht das ist aber ein schönes Eis okay das ist schon mal das klappt schon mal quasi der Motor läuft schon ne so zu sagen es muss nur in Bewegung gesetzt werden So, das Segel reparieren. Okay. Da-da. Da-da-da. Okay. Ein paar Fetzen draufgespannt, sehr gut. Dann fehlt nur noch hier das Zahnrädchen eigentlich, ne? Das hier noch zu reparieren, oder? Motor, genau. Das war der Motor, Entschuldigung. Das andere war nur der Filter, so. Entschuldigung, jetzt haben wir den Motor. So. Jawohl. Klick, klack, klick, klack. Sehr gut. Jetzt müssen wir zum Questgeber gehen. Gab, da kann ich da problemlos runterhüpfen, oder? Nein. Geht nicht. Halt, was war da? Katzi? Na. Raupi. Ein Raupi. Kein Katzi. Kann ich hier rüber hüpfen? Nein. Dann geh mal zum Festgeber. Hey du, Chef. Ich hab das gemacht. Oh. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Oh. Schau. Der Wolkenfänger setzt sich wieder in Bewegung. Ja, supi. Weg mit der Düsternis. Die brauchen wir nicht. Sehr schön. Da, 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 da. Sehr, sehr schön. Super. Gut gemacht, Geistesseherin. Das Gleichgewicht zwischen unseren Welten ist wieder hergestellt und diese Welt kann nun heilen. Geh nun, Geistesseherin. Du wirst deine Antworten in den Ruinen des Altkönigreichs finden. Okay. Die Düsternis über dem Altkönigreich ist verschwunden. Du kannst nun zu den Ruinen des Palastes. Ich bin sicher, dort findest du die Antworten, nach denen du suchst. Ich hoffe, du bist dafür bereit. Abgeschlossen. Repariere den Wolkenfänger. Wuhu. Sehr gut. Yeah. Da freuen wir uns. Gut. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Dam. Sehr, sehr gut. Wir haben es geschafft, dass sowas gibt es. Ist ein tolles Gefühl. Lala. So. Ja, jetzt können wir normal wieder zurück zu unserem Glanzhof normalerweise. und könnten normalerweise das Altkönigreich besuchen. Briefstücke fünf sammeln. Können wir eigentlich machen, oder? Würde ich sagen. Machen wir doch. Zum Glanzhof nochmal. Ja, das müsste dort die Fensternis weg sein. Müsste. Sollte. Theoretisch. Ja. Tada. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ah, das schaut doch gleich mal besser aus. Bam, 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 bam. Jetzt können wir da auch mal Sachen uns anschauen. Machen wir hier ein paar Sachen kaputt machen. Wow. Hurra, wir können Sachen kaputt machen. So. Ich denke mal, einen Katzi oder so wird es hier zufälligerweise nicht geben, oder? Dann hätten wir ein schönes Glück. Ein Katzi für uns, das wäre schön. Dann wären wir hier auch fertig mit der Katzensucherei. Aber so einfach wird das nicht, glaube ich. Nein. Leider. Das mit dem Wasser ist mir auch ein Rätsel. Ein Boot wäre halt nicht schlecht. So ein tragbares, so ein Kanu oder so. Jui. La, la, la. Dann können wir hier nämlich rüberbatteln. rüberbatteln, ganz gemütlich und können die Kisten zum Beispiel holen. Das wäre schon toll. Aber das gibt es nicht. So ein Pech, la, la. So, da will ich sagen, schauen wir uns das mal an da drüben, oder? Einzige Ruinen, wenn du denkst, es ist ja schon interessant, dass es hier Wasser gibt, mittlerweile. Was gibt es da hinten? Was gibt es hier? Was gibt es da? Aha. Ein paar Kisten. Hurra. Aber Miau tut nichts, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, hier gibt es keine Katze. Nein, 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 nein. Das ist aber nicht gut. Keine Katze für mich. Das macht mich so traurig. La, 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 la. Keine Katze da. Hier ist auch nichts. Und Bäm. Und Bäm. Und Bäm. Da ist auch nichts. Da ist aber nicht viel. Naja gut, dann probieren wir halt die Hinweise zu finden, ne? Münzen haben wir da. Dunkel wird es auch wieder. Da ist noch ein Kistel. Da ist soweit nix. Hm. 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 Okay. Hm. Hm. Ja. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. La, la, la. La, la, la. Hier ist auch nix. Ich versuche die Ohren ein bisschen offen zu halten. Ob es hier vielleicht ein Miao gibt. Aber außer Ruinen ist hier generell nicht viel. Spupi. Juhu. Waha. Nope. Da ist echt nicht viel. Da kann was kaputt machen. Bam. Bam. Da ist auch noch was zum kaputt machen. Zack. Zack. Aber sonst... Aber sonst... Ab und zu ein Drüchen, aber sonst ist da nicht wirklich viel. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Schade, das war sicher mal schön hier. Kann ich mir zumindest vorstellen. Da war sicherlich schön Leben. So, bam. So, bam. Ich hau halt mal einfach alles zusammen hier. So. Kann ich mal die Tür eingetreten. Bam, bam. Und hier auch noch eins. Bam. Hm. Hm. Okay. Ich glaube, die Schriftstücke zu finden, wird gar nicht leicht. Das wird nicht leicht. Oh nein. Das wird nicht leicht. Nein, nein, nein. Das wird ganz sicher nicht leicht. Hopp. Aha. Da liegen mir ein paar Gerümpelsachen. Was haben wir denn da? Eine große Sammlung medizinischer Bücher und Notizen über die Düsterniskrankheit. Was ist denn das? Du hast ein Briefstück gefunden. Ach so. Da, schau her. Haben wir schon mal eins. Und hier? Medikamente gegen die Düsterniskrankheit. Okay. Hat jemand versucht, das zu heilen, wie es ausschaut? Na bitte. So viel dazu. Wir finden die Kettel nie. Ich will gar nicht, wer ich suche. Ist schon eines da. Haben wir ja schon. Ich sollte aufhören zu raunzen und mehr suchen. Sehr gut. Eins von fünf. Und der Part ist auch schon wieder gleich vorbei. Es ist ja unglaublich. Bäm. Katzi. Katzi. Ich habe eine Katze gehört. Mach mal das da kaputt. Da war irgendwo ein Katzi. Ja, ja. Ich höre dich. Ich höre dich. Da ist sie. Hallo, Mauti. Ja. Alle Katzen im Gebiet Glanzsand wurden gefunden. Ja, super. Ja, super. Haben wir das auch schon. Nice, nice. Sehr schön. Sehr schön. Das freut mir. Ja. La, 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 la. Dann schlage ich immer ein bisschen was zusammen. Ich habe auch keine Ahnung, wofür man diese alten Münzen eigentlich brauchen kann. Wohl doch. Ich weiß schon wieder. Ich trottel. Da kann ich besondere Kosmetik damit eintauschen. Also so Bärte und, 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 und Frisuren und so weiter und Kleidungsstücke. Ich bin schon wieder eingefallen. Ich bin nur doof. So. La, 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 la. La, 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 la. So. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Weil ich glaube, ich habe schon das nächste gefunden. Ihr Lieben, das war es wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.